Hallo, ich bin Marlies Pante, Autorin. Mein neuestes Buch, Creality, vielleicht kennst du es auch schon, ist mein bisheriges Lieblingsbuch meiner eigenen Bücher, weil die Methode, die ich dir darin vorstelle, Drehbücher, extrem effektiv ist, wenn es darum geht, Realität zu gestalten. Sehr einfach ist und sehr, sehr viel Spaß macht. Als ich damit angefangen habe, das war so 2006, habe ich mit meiner Freundin Elke zusammen angefangen. Wir hatten extrem viel Spaß und am Anfang hatten wir sowohl Erfolge als auch Misserfolge. Ich lese dir eine Geschichte vor, die sowohl ein Erfolg als auch ein Misserfolg ist. Vielleicht hast du Spaß dran und vielleicht bist du auch motiviert, die Drehbücher zu erlernen oder vielleicht kennst du sie auch schon, ich weiß es nicht. Zu dieser Zeit wohnte Elke in Freiburg und ich in Dortmund. Eine Strecke, die wir nicht täglich fahren konnten. Deshalb telefonierten wir fast jeden Abend. Elke wollte einen neuen Mann und ich 50.000 Euro mit den Drehbüchern erschaffen. Bald jedoch merken wir, dass es uns nicht gelangt, unsere Wünsche mit wirklich guter Energie aufzuladen. Elke hatte Zweifel, auf diese Weise einen guten Mann und ich hatte Zweifel, tatsächlich so viel Geld manifestieren zu können. Wir waren ja nun nicht Drehbuch erfahren und treten sofort in die Vollen. Wir dachten, dass wir unsere Zweifel austricksen könnten, indem ich die Drehbücher für Elke und Elke die Drehbücher für mich machte. Denn Elke hatte kein Thema mit Geld. 50.000 Euro hielt sie für einigermaßen realistisch und ich hatte zu dieser Zeit den Glaubenssatz, Männer gibt es doch an jeder Ecke. Jeden Abend erzählte ich also Elke, dass ein neuer Mann in ihrem Leben ist, mit dem sie in einer Partnerschaft lebt. Womöglich würde er einfach an ihrer Haustür klingeln, denn Männer gäbe es ja schließlich an jeder Ecke. Und man müsse nichts dafür tun. Mit diesem Mann würde sie eine wunderbare Freizeit erleben, er sähe gut aus und er würde sie über alles lieben. Alles im Präsens, also in der Gegenwartsform, das hatten wir bereits verstanden. Elke erzählte mir jeden Abend, dass ich 50.000 Euro habe, dass ich mich total darüber freue und dass das Geld völlig unverhofft auf mich zukam. Mit jeder Wiederholung schmückten wir die Drehbücher weiter aus, bis wir für jedes Drehbuch immer zwischen 10 und 20 Minuten brauchten. Wir redeten uns in völliger Begeisterung, fühlten das Geld und den Mann. Elke fühlte das Geld und ich fühlte den Mann. Wir hatten große Freude an diesem Experiment. Nach wenigen Wochen klingelte ein Paketzusteller bei mir, übergab mir ein Paket, wir unterhielten uns, er bekam meine Telefonnummer und wir waren zwei Jahre ein Paar. Alles war so, wie ich es für Elke gedreht hatte. Wir hatten eine schöne Freizeit, er liebte mich über alles und ich hatte noch nicht einmal das Haus verlassen müssen. Etwa zeitgleich erhielt Elke ein Schreiben von ihrem Vermieter. Das Haus, in dem sie wohnte, sollte verkauft werden und alle Mieter wurden gebeten, auszuziehen. Einige zogen sofort, andere später aus und Elke blieb wohnen. Sie wollte einfach nicht ausziehen und hatte auch noch keine andere Wohnung gefunden. Als die Zeit drängte und der neue Besitzer des Hauses mit groß angelegten Renovierungsarbeiten beginnen wollte, bot er Elke 50.000 Euro an, wenn sie endlich ausziehen würde. Elke nahm das Geld und war happy. Alles war genauso, wie ich es für sie gedreht hatte. Elke, wie ich es für mich gedreht hatte. Du hast aufgepasst. Elke hatte Drehbücher und positive Energien für Geld und ich für eine neue Partnerschaft ausgesendet. Diese Lektion hatten wir verstanden. Hier stehen noch mehr Geschichten drin, die wir erlebt haben, die andere Menschen erlebt haben mit den Drehbüchern. Und natürlich gibt es auch eine Anleitung, wie man es richtig macht. Wenn du da Lust drauf hast, freue ich mich. Vielleicht kennst du es auch schon. Liebe Grüße, deine Malis.